Mein Name ist Jürgen Heinzelmann. Ich bin von seitens Mahle-Berg-Gruppe Administrator und FMA-Moderator und wende seit 2006 Skio mit all seinen Facetten an. Wir setzen die Software ein, um weltweit unsere Design-FMAs und auch Prozess-FMAs zu koordinieren und verwenden dafür auch den Template Manager, den wir seit 2009, 2010 voll im Einsatz haben, um eben auch nachvollziehen zu können, welche Projekte von welchen Templates abgewandelt wurden und auch hier an der Stelle, ich sage mal, welche Freigaben dahinter stecken und so weiter. All diese Anforderungen, die von seitens der ERTF mittlerweile gefordert werden, können wir damit letzten Endes abbilden.